Transformation to go, der Podcast von Kraus & Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema digitale Transformation. Keine Ahnung, aber viel Geld ausgegeben. Für euch heute im Podcast sind Associate Expert Paul Schwefer sowie unser CEO Georg Kraus. Und wenn euch digitale Transformation interessiert, dann hört euch doch unsere erste Folge zu diesem Thema an. Viel Spaß! Heute beschäftigen wir uns mal wieder, weil es eben auch so ein wichtiges Thema ist, mit dem Thema der digitalen Transformation. Und dafür ist Paul Schwefer wieder bei uns. Paul, der Leiter unserer Expert Group für digitale Transformation. Hallo Paul. Hallo Georg. Digitale Transformation kann man ja schon fast nicht mehr hören. Das wird ja von oben nach unten, von rechts nach links immer wieder propagiert und ist in der Zwischenzeit aus meiner Sicht so weich gespült, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, was es denn letztendlich ist, außer die Überschrift, dass es halt immer irgendwie digitaler werden soll. Was ist denn deine Erfahrung, Paul, aus der Begleitung der Unternehmen, woran es denn meistens scheitert und eben nicht zu den Effekten kommt, die man sich davon erwünscht? Also ich glaube, der erste und einfachste Effekt, der niemals erzielt wird, ist, dass das, was als Potenzial in der digitalen Transformation steckt, tatsächlich auch gefordert wird und auch geliefert wird. Das heißt also, das Potenzial, was Technologie bietet und dazu muss man sagen, dass Digitalisierung ja niemals ein Ziel ist, sondern immer Mittel zum Zweck. Aber wir definieren den Zweck nicht und das ist genau das große Problem in dem ersten Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass natürlich, das habe ich beim letzten Mal auch schon mal erwähnt, dass Technologie disruptiv ist, aber das, was notwendig ist, nämlich Organisationen und Menschen zu entwickeln, eigentlich mehr linear verläuft. Und das passt selten zusammen, weil eben kein Fokus darauf liegt. Und das sind die Hauptthemen da. Das ist wirklich verrückt. Digitalisierung wird in den meisten Unternehmen strategisch definiert und wenn es strategisch ist, dann spielt auf einmal die Wirtschaftlichkeit gar keine Rolle mehr. Es muss halt gemacht werden. Mein Kommentar dazu ist immer, ich habe noch keine erfolgreiche Strategie gesehen, die darin bestand, Geld auszugeben. Ja, aber das erlebe ich so oft. Es ist verrückt, welche Budgets dann freigegeben werden. Ja, aber das kommt genau aus den Ängsten, etwas zu verpassen. Weil ein großes Thema ist natürlich die Wettbewerbsfähigkeit. Die Wettbewerber tun das. Also müssen wir das auch tun. Also sagt man der Technologen, entwickle mal eine App oder mach mal was Cooles in Technologie, dass wir das auch haben. Koste es, was es wolle. Nur, dass man etwas getan hat. Aber das, was darin steckt als Möglichkeit, wird nicht genommen. Und der Hauptgrund dafür ist, dass diejenigen, die das am Ende entscheiden, gar nicht wissen, welche Möglichkeiten jetzt auf Wirtschaft bezogen auf ihr eigenes Unternehmen darin stecken. Was meinst du damit? Die Führungskräfte, die in der Position sind, über die Budgets zu entscheiden, haben selten die Fähigkeit, das Potenzial, was in der Technologie steckt, in einen wirtschaftlichen Effekt zu übersetzen. Und wenn ich das an den Technologen delegiere, dann kommt genau das raus, was ein Technologe macht. Nämlich da kommt vielleicht eine coole Technologie raus, aber nicht der Effekt. Also dafür braucht man eben andere und deswegen darf das eben nicht in der Hand von Technologen sein, sondern es ist ein Top-Führungsthema. Und insofern ist das Thema Strategie auch richtig, aber Strategie eben verstanden als Unternehmensentwicklung. Also eigentlich sagst du, das Top-Management ist in der Regel nicht so digitalisierungsaffin. Natürlich haben sie Lust und sehen auch das als Herausforderung, aber sind gar nicht in der Lage richtig, das dann einzuschätzen und Entscheidungen zu treffen. Das ist der eine Punkt. Und ein anderer Punkt ist, den ich eigentlich, wenn ich in Unternehmen bin, immer so beginne. Das ist ein altes Wort von Konfuzius, ist zweieinhalbtausend Jahre alt. Und das heißt, wenn man sich über das Grundsätzliche nicht einig ist, macht es keinen Sinn, Pläne miteinander zu schmieden. Und dieses Grundsätzliche ist ja etwas Wertendes. Das heißt, ich brauche ein gemeinsames Wertesystem, wo ich auch gemeinsam entscheiden kann, weil ansonsten hat jeder seine eigene Idee von dem, was daraus kommen soll. Und das ist tödlich. Aber weißt du, das erlebe ich sehr oft, dass du Entscheider hast, die so ein, ich sage es mal, ein gutes Bauchgefühl haben, dass man etwas machen muss. Manchmal sogar defizitorientiert nach dem Motto, wir sind echt hinten dran, jetzt müssen wir aber echt aufholen, um wieder auf vorne mitzuspielen, wenn bestimmte Wettbewerber auf einmal davonziehen. Und daraus entsteht dann so ein Entscheidungsdruck, könnte man fast sagen. Und dann kommt so das Sirengesäusel von ein paar Technologen, meistens von Anbietern, die sagen, wenn du das buchst, wenn du das kaufst, dann wird alles gut. Dann kommt die Brave New World auf einmal und dann wird der Geldbeutel aufgemacht. Genau. Und das ganze Thema hat noch eine andere Dimension, dass der Anbietermarkt im Technologiebereich eigentlich eben tatsächlich anbieterorientiert ist und nicht kundeneorientiert. Das heißt, die Anbieter haben Produkte, die sie platzieren wollen. Das Marketing ist super. Es gibt wenig Alternativen. Und insofern ist sich der Anbieter mit dem internen Technologen eigentlich einig, weil der interne Technologe hat auch keine Alternativen. Das heißt also, es gibt keine Alternativen zu einigen wenigen großen Playern, die eben alles darauf anlegen, den Kunden mit ihrer Technologie captive zu machen. Das heißt also eben nicht nur einzuverkaufen, sondern gleich 20 verschiedene Dinge, das bläht das Ganze auf, macht es komplex und führt eigentlich vom eigentlichen Vatertugend ab. Das heißt, was wir haben, und deine Beobachtung teile ich, Paul, ist, dass wir Unternehmensführer haben, die viel zu wenig verstehen, was Digitalisierung eigentlich für Effekte haben könnte, müsste, sollte, die das mehr oder weniger wegdelegieren. Gut, am Ende treffen sie die Entscheidung, aber sie delegieren die inhaltliche Entscheidung und somit die Verantwortung auf die Technologieebene, die es gar nicht betriebswirtschaftlich bewerten können. Und vor allen Dingen auch die Implikationen, die das auf die Organisation hat, auf die Menschen hat, auf die Skills und auf all das, was notwendig ist, um das erfolgreich zu machen, auch gar nicht beurteilen können, sind die auch gar nicht für ausgebildet. Und wie gesagt, das ist ein reines von Outside-in-Thema, weil da kommt diese Anbieterstruktur, die eben fertige Produkte haben, die man einsetzen muss. Und das macht es so komplex. Und vielleicht noch ein Punkt dazu aus meiner Erfahrung. Wenn ich wirklich Digitalisierung durchführen will in Unternehmen, dann ist die Angstnummer viel erfolgreicher als die Positivnummer nach dem Motto Chancen. Das heißt also, wenn ich Unternehmen erkläre, warum sie in fünf Jahren überflüssig sind durch Digitalisierung, durch den Wettbewerb, dann sagen sie, okay, wir müssen was machen. Wenn ich denen sage, das sind aber eure Möglichkeiten, euch so zu entwickeln, hm, das kostet aber Geld und das ist so viel Aufwand. Das heißt also, über Angst kriegt man die. Aber das ist natürlich der völlig falsche Ansatz, weil da kommt nie das dabei raus, was auf dem anderen Weg herauskommen muss. Genau, aber über die Angst musst du auch nicht begründen, wie viel Geld du brauchst, weil dann ist es eine Entscheidung ohne Alternativen sozusagen. Richtig, ja. Aber das heißt eigentlich, was du sagst, ist, wir müssten vielmehr den Wert der Digitalisierung bewerten, wie man so schön sagt. Ja. Du benutzt ja gerne ein System, das du Werteradar benennst. Ja. Was verstehst du denn unter diesem Werteradar? Unter Werteradar verstehe ich das, was ich eben gesagt habe, das ist das Grundsätzliche. Das heißt also, die Führungskräfte müssen sich einig sein, dass bestimmte Werte für das Unternehmen stehen. Das können Hard Facts sein, was immer natürlich drin ist, ist das Thema Kostensenkung oder das Thema Umsatzsteigerung. Das ist kein Thema, aber es gibt eben viele andere Dinge, die sehr, sehr relevant sind, die aber selten Berücksichtigung finden. Und Werteradar heißt, sich diese Werte bewusst zu machen, dieses als Basis zu nehmen, das messbar zu machen, weil das steckt ja da drin, dann, wenn ich Werte und jede Maßnahme, die ich mache, die ich entscheide, auf diese Werte beziehe und damit auch von denjenigen, die das umsetzen müssen, ein Commitment erwarte, sich zu den Werten zu bekennen oder zu der Veränderung und dann natürlich auch in der Folge darauf gucke, dass ich diese Werte tracke. Das heißt also, dass ich sicherstelle, dass sie erzielt werden. Und was eben auch ein großes Thema ist, was ich in vielen Unternehmen sehe, ist, man braucht am Ende noch ein Rewarding-System, damit diejenigen, die sich angestrengt haben, auch dafür belohnt werden, dass sie es erzielt haben. Und dieses, ich nenne das Value-Life-Cycle, das ist ungeheuer wichtig als Voraussetzung und als eigentliches Ziel, um Digitalisierung erfolgreich zu machen. Naja, letztendlich sagst du, wir müssen mit jedem Digitalisierungsprojekt sicherstellen, dass der Unternehmenswert steigt. Absolut. Und meine These ist, dass es zwei Enden gibt. Das heißt, Technologie hat die schöne Eigenschaft, das ist das Murschelon, dass alle 18 Monate sich Preis-Leistung verdoppelt oder halbiert, je nachdem, wie man das betrachtet. Das heißt, eigentlich kann Technologie die Investitionen in zukünftige Dinge selber verdienen. Aber lass uns mal diesen Satz nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil der so wichtig ist und so oft vergessen wird. Technologie, Digitalisierung hat die Pflicht, den Unternehmenswert zu steigern. Zu 100 Prozent. Und wenn man das nicht identifiziert und wenn man das nicht gewillt ist, das zu tracken und das am Ende auch zu materialisieren, dann sollte man die Finger davon lassen, dann überlebt man länger. Und jetzt mal deine Erfahrung. In wie vielen Digitalisierungsprojekten erlebst du eine Unternehmenswertsteigerung hinterher? Also in die, die ich gerufen werde, meistens deswegen, weil es keine Wertsteigerung gibt, sondern dass die Kosten aus dem Ruder laufen, dass die Dinge beginnen, komplex zu werden, dass die Dinge auseinanderlaufen. Und je heterogener die Struktur wird, umso teurer wird es auch. Und das ist eigentlich die Regel. Ich würde sagen, 60 bis 70 Prozent aller Projekte laufen genau in diese Richtung. Aber das kommt ja auch aus so einer Entwicklung, dass Digitalisierung in vielen Fällen fast schon so gesehen wird wie Basisinfrastruktur. Das heißt, die soll nicht den Wert steigern. Sie ist halt da, weil man sie braucht. Ja, aber das ist ein Fehlurteil. Das heißt, es wird so behandelt wie Compliance. Also ich muss Compliance zu einer Anforderung sein. Und das ist aber Quatsch, weil Technologie hat Möglichkeiten. Also kein Mensch würde in einer Fabrik oder irgendwo anders sagen, okay, Technologie kostet nur Geld. Sondern Technologie wird eingesetzt zur Produktivitätssteigerung, zu was auch immer, dass irgendwas besser ist als vorher. Weil wenn man etwas ohne Technologie tun kann und hat den gleichen Effekt, dann ist das besser. Weil dann ist es auch nicht anfällig, dann kann ich es besser steuern. Nur Technologie gibt es deswegen, weil mit Technologie etwas besser ist als ohne. Und dieses genau besser muss man identifizieren. Und das Dilemma ist, dass wenn es irgendwie auch mal eine Wirtschaftlichkeitsrechnung geben sollte, die es ja in der Regel gar nicht mehr so gibt, wird sie dann wiederum dem IT-Leiter oder dem CIO übertragen. So und wie gesagt, und diese klassischen Wirtschaftlichkeitsrechnungen reichen auch nicht aus. Weil deswegen sage ich ja Value. Value ist was anderes als Wirtschaftlichkeit. Es gibt natürlich einen Faktor Wirtschaftlichkeit im Sinne von ROI, im Sinne von Kostensenkung und was auch immer drin. Und es ist auch ganz eindeutig so, dass im mitteleuropäischen Raum bei Digitalisierung genau dieses Thema eigentlich immer oben steht. In USA ist das anders. In USA sagt man das Thema Innovation, Customer Satisfaction und wie auch immer, ist eigentlich das Prioritäre, weil das andere kommt von selber. So und ich glaube, am Ende braucht man eine Mischung aus all diesen Dingen, weil natürlich ist Customer Retention oder Brand Awareness oder Equity, Return on Equity sind alles Punkte, die eben so ein Wertesystem dann ausmachen können. Ich muss es aber konkretisieren und ich muss die Maßnahmen so formulieren, dass ich eben genau die Dinge, die messbar sind, dann herausnehme und sie dann auch über Zeit tracke. Das heißt, letztendlich steigst du nach einer Analyse immer damit ein, dass du deine Auftraggeber in dem Fall zwingst. Ja. Mit der Pistole auf der Brust fast schon. Nämlich sich damit auseinanderzusetzen. Moment mal. Was soll es euch wirklich bringen und wie wollt ihr das bewerten? Also die Regel ist ja heute, dass irgendwas unter der Hand passiert zwischen einem Fachbereich und dem IT-Bereich. Das bedeutet, der Fachbereich sagt, ich brauche das und das und der IT-Bereich als Serviceorientierter Bereich sagt, okay, ich liefere das. Dem ist es aber egal, was es kostet, weil der sagt, ich will meine Kosten abgedeckt haben. Das ist natürlich wichtig, aber welchen Effekt hat er gar kein Interesse dran? Und der Fachbereich hat kein Interesse daran, irgendwas abzugeben, weil er weiß, es kommen sowieso irgendwelche Einsparrunden und vielleicht muss ich es dann irgendwo dann sichtbar machen, aber dafür gibt er nichts, sondern der sagt dann, ich brauche das. So und das ist also die Regel und deswegen braucht man Führung und oberste Führung, um genau das herauszuziehen und zu sagen, Mensch, da ist aber was drin und ich zwinge dich jetzt auch dazu, das zu releasen. Okay, das bedeutet, du sagst, das Top-Management muss besser verstehen, was Digitalisierung bringen soll. Ja. Wie? Also ich habe in der Regel immer so einen Fünf-Punkte-Plan, wie man das macht. Das heißt also, das Erste ist, das Top-Management natürlich erstmal die Grundlagen verstehen muss und die Grundlagen heißt, welche technologischen Trends gibt es zum Beispiel und was bedeutet das, welchen Impact hat es auf das, was ich tue und es muss verstehen, welche Relevanz das hat für das eigene Unternehmen. Das heißt also wirklich, es muss nicht die Technologie verstehen, aber es muss den Impact verstehen. Aber das ist jetzt mehr als nur quasi von einem Assistenten eine PowerPoint-Präsentation erarbeiten zu lassen und die in der nächsten Vorstandssitzung, die sich dann zeigen zu lassen. Das ist eine harte Arbeit. Das heißt, es ist im Prinzip ein Workshop, wo sowas stattfindet und wo sowas auch im Dialog stattfindet und da steigen schon viele aus, weil sie sich nicht präsentieren möchten als diejenigen, die keine Ahnung haben vor den Kollegen. Also das ist eine hohe Hürde für manche nach dem Motto, Mensch, da muss ich jetzt öffentlich machen, zwar kleiner geschützter Kreis, aber trotzdem, dass ich wenig Ahnung habe. Und deswegen muss man immer gucken, wie so eine Mischung ist aus Input, Nachfragen und tatsächlich Verständnis-Themen, die dann abgefragt werden. Was hältst du davon? Eine Weile lang war das ja Mode, dass dann so ganze Manager-Riegen dann nach Silicon Valley gefahren sind und dort so Tingeltouren gemacht haben und mit den ganzen Tech-Unternehmen dann im Dialog waren. Also das ist natürlich hilfreich, aber wahnsinnig aufwendig. Das heißt also, weil es ist mindestens eine Woche weg und die Frage ist, welches Unternehmen kann sich das leisten, das von mir aus ein ganzer Vorstand oder ein halber Vorstand in zwei Sitzungen für eine Woche so eine Tour macht. Wenn es davon abhängt, die richtigen Strategien daraus abzuleiten, das Wissen dort. Große Beratung zu nehmen, ob jetzt McKinsey oder wie auch immer, die machen sowas. Das heißt also, die haben natürlich auch die entsprechenden an der Hand und zu sagen, okay, wir machen das. Wichtig ist, und das ist glaube ich das, was da drin steckt, dass man Praxisbeispiele hat. Das heißt, dass man Best Practices für die Branche, für ähnliche Funktionen oder so anguckt und wo man eben auch sieht, wir haben andere das gemacht. Das heißt also, das ist schon auch Teil so einer Schulungsmaßnahme. Wie gesagt, das kann mit so einer Silicon Valley Tour passieren. Das kann aber auch mit anderen Dingen passieren, wo man eben tatsächlich, und heute wird ja alles veröffentlicht, wo man eben das auch aufbereitet und vorbereitet und sagt, okay, das ist passend für eure Branche, für euch jetzt insgesamt. Das heißt, damit beginnt alles. Es beginnt mit der, ich sage es mal, Qualifizierung des Top-Managements. Genau. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mal das durchgehe, sage ich, das Erste ist, die Grundlagen einmal verstehen. Das Nächste ist, einfach mal eine allererste Idee zu haben, was heißt denn das fürs Unternehmen, das zu diskutieren und das mal in den Raum zu stellen, ohne eine Antwort darauf zu haben, wie eine Digitalisierungsstrategie aussieht. Das Dritte ist dann, Praxisbeispiele so kennenzulernen, die eben als Best Practice sein können. Die können Use Cases sein oder die können auch sein, dass man Tools und Plattformen kennenlernt, die eigentlich das, was man vielleicht tun möchte, dann macht. Es gibt noch ein ganz trockenes Thema, was aber völlig unterschätzt wird und das nenne ich Daten und Security. Weil Daten ist das neue Öl. Das heißt also, Daten sind wahnsinnig wichtig und kaum eine Führungskraft versteht die Bedeutung von Daten, die es tatsächlich hat, das in strukturierter Form zu machen. Weil wenn ich über KI rede oder auch wenn ich über Digitalisierung insgesamt rede, fängt alles an mit Daten. Kaum ein Unternehmen hat die Datenstruktur so geordnet, dass man damit auch Wert schaffen kann. Und das überhaupt als Thema erst mal zu begreifen, das ist zum Beispiel auch etwas, was die oberste Führung machen muss, weil wenn man das nicht verstanden hat, wird man niemals investieren. Und am Ende geht es ja immer darum, eines meiner Lieblingsthemen ist ja auch lange Prozessketten. Dass lange Prozessketten ja davon leben, dass ich vielleicht an einer Stelle mehr Aufwand habe, aber dafür irgendwo im Prozess viel später einen deutlichen Minderaufwand. Und insofern ist so eine Basisarbeit wie Daten ungeheuer wichtig, das zu machen. Und das letzte Thema vielleicht noch, das ist Kultur und Führung, weil das Thema Führung im digitalen Umfeld ist völlig anders als bei einer analogen Welt. Und das Thema Kultur ist sehr stark dann geprägt, ob ich innovationswillig bin, das heißt also auch Risk eingehe. Und es gibt so einen schönen Spruch von Peter Drucker, der sagt, Management ist dafür da, die Dinge richtig zu tun und Leadership ist, die richtigen Dinge zu tun. Und darum geht es genau. Was ich immer wieder feststelle in digitalen Transformationsprojekten ist, dass die Technologie nicht wirklich in Harmonie mit der Organisation und den Prozessen ist. Also es ist fast schon ein Fremdkörper und dadurch werden viele Vorteile, die man sich theoretisch erhofft, nicht geholt. Ja, das ist aber genau der Punkt, weil Technologie wird implementiert. Und das ist die allerleichteste Übung, Technologie zu implementieren. Das richtig zu nutzen, das ist genau etwas, was ein Technologe gar nicht kann, wofür er auch gar nicht ausgebildet ist. Aber darin steckt ja der Wert. Das heißt also, ich habe immer gesagt, wenn man so ein integriertes Paket im Einsatz hat, dann unterscheiden sich Gute von schlechten Unternehmen dadurch, dass die einen 25 Prozent nutzen und die anderen 15 Prozent. Alle haben 100 Prozent bezahlt. Und genau das ist das, was fehlt. Das heißt, also wie kann ich meinen Nutzungsgrad von dem, was da ist, erhöhen? Und das kann ich nur machen, indem ich das integriert mit Fachbereichen, mit HR, mit Skillentwicklung und so weiter, mit Schulung, dann machen darf. Aber jeder weiß das ja, dass die Prozesse immer die Basis sind bei einer Implementierung, einer Technologie und trotzdem wird es nie so richtig umgesetzt. Warum nicht? Also das ist meine These eben darum nicht, weil die Fachbereiche und der IT-Bereich sind sich einig. Die tun das. Der IT-Bereich tut genau das, was der Fachbereich will, was zu hoher Komplexität und zu Abweichen von dem, was als Produkt von den Anbietern geliefert wird, führt und zu höheren Kosten, längeren Laufzeiten und so weiter. Kein Fokus auf das Ergebnis und das Ergebnis ist immer ein wirtschaftlicher Beitrag oder eine Werterhöhung und das liegt eben daran, weil das außerhalb des obersten Führungskreises und deren Interesse, eigentlich im Interesse liegt. Und somit hast du einen Flickenteppich dann am Ende. Ja, jeder versucht sich selber zu optimieren und versucht möglichst viel von dem, was er gern hätte, unterzubringen. Was ich auch noch oft fast schon als Hemmschuh feststelle, ist die Macht der großen ERP-Systeme, die ja eigentlich cool sind und gleichzeitig fast schon sowas wie so oft so ein Relikt dann sind einer bestimmten Technologie und egal, was man machen will, da sagen wir, ja, wir können nicht, weil dieses ERP und da nicht, eigentlich sagt man nicht, es ist uns nicht im Wege, aber es ist quasi das Rückgrat letztendlich des Unternehmens. Ja, und das macht das Ganze natürlich noch komplizierter, weil man kann das ganz einfach aufzeigen, weil ich habe mal unvorsichtigerweise vor zehn Jahren, da gab es die CeBIT noch, auf der CeBIT in einem öffentlichen Vortrag das Ende der Package-Software ausgerufen, nach dem Motto, kein Unternehmen braucht das in Zukunft, weil wir brauchen flexible, modulare Software, weil das Kernprinzip der Digitalisierung ist Kollaboration und Kollaboration heißt, über Unternehmensgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten und kein ERP-System kann das vernünftig, das heißt also nur mit hohem Aufwand und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die Entwicklungszyklen eines ERP, wenn man jetzt mal guckt, von einem R3 zu einem S4 HANA sind fast 20 Jahre. Bei einem Technologiewandel alle 18 Monate ist das natürlich absurd, weil die Investitionen und der Aufwand, den Unternehmen treiben, um sowas einzuführen, der ist so hoch, dass sie das eigentlich nur alle zehn Jahre machen können. Das heißt also, die Agilität und die Anpassung an das, was kommt, weil natürlich versuchen alle ERP-Systeme neue Technologietrends, wie jetzt KI oder irgendwas mit einzubauen, aber das sind alles Dinge, die angeflanscht werden und die nicht irgendwo für sich stehen. So und insofern glaube ich, dass wir gar nicht die richtige Software haben, als vom Angebot her, die man braucht, um ein digitales Zeitalter vernünftig handeln zu können. Und es ist künstlerisch sehr wertvoll, eine Architektur zu bauen, die diese Flexibilität hat, die aber auch die Möglichkeit hat, damit tatsächlich auch Wert zu generieren. Das heißt, zusammenfassend sagst du, Jungs, Mädels im Top-Management, ihr müsst Ahnung haben, über was ihr redet, bevor ihr euch wirklich an die Digitalisierung ranwagt und lasst euch ohne Scham und falschem Stolz wirklich auch mal schulen und setzt euch tiefer damit auseinander. Punkt eins. Und Punkt zwei, was du sagst, ist, auch wenn es strategisch ist, blendet aus dieser Strategiediskussion nicht das Thema der Wertsteigerung des Unternehmens aus und setzt euch damit wirklich kritisch auseinander, wo am Ende wirklich eine Wertsteigerung entsteht und versucht die dann auch wirklich zu bewerten, um die Investition damit in Relation zu der... Und auch zu tracken. Und dann natürlich auch bei der Umsetzung dann auch zu kontrollieren. Und der dritte Punkt ist, dass der Erfolg am Ende von dem Kulturwandel abhängt und von dem, was man dort investiert in die Mitarbeiter, in die Organisation, in die Unternehmenskultur nahe. Und über den Kulturwandel dann auch die Anpassung der Organisation und der Prozesse auf die Anforderungen. Kollaboration, wie gesagt, als Grundprinzip ist nichts, was speziell deutsche Unternehmen in ihren internen Strukturen wirklich beherzigen. Spannende Herausforderungen, die wir da haben, Paul. Definitiv. Und ich hoffe, dass das, was ich eben aus vielen Jahren Erfahrung so mitgenommen habe, dass es gehört wird und dass es auch angewendet wird. Danke, dass du da warst. Gern geschehen. Das war die Episode zum Thema Digitale Transformation. Keine Ahnung, aber viel Geld ausgegeben. Mit Paul Schwefer und Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filor und Vincent Ruhl von Feintone. Alle Informationen zufolge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de Mein Name ist Thomas Fiskor Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.